Microsoft hat aus unbekannten Gründen die Voreinstellungen zur Behandlung von formatierten Texten einfach mal so geändert, gegebenenfalls auch für ihre bestehenden Installationen. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie diese Probleme schnell beheben können. Wir haben hier zwar ein englisches Outlook, aber das funktioniert analog in der deutschen Version. Klicken Sie links oben auf Datei, dann auf Optionen, links unten, wählen Sie dann Mail oder E-Mail. Und auf der rechten Seite Editor-Optionen. Sie sehen schon, das Ganze ist gut versteckt. Klicken Sie nun auf der linken Seite Erweitert und scrollen Sie hier herunter, bis Sie zu den Zwischenablageeinstellungen geraten. Um nun zu erreichen, dass die Formatierung von Texten in PhraseXpress beibehalten werden, müssen Sie das Einfügen aus anderen Programmen umändern. Sie müssen wechseln auf Welle erhalten oder so ähnlich heißt das, oder Originalformatierung erhalten. Klicken Sie dann auf OK, schließen Sie die Optionen und fortan werden die Textformatierung in PhraseXpress auch beim Einfügen in Ihren Microsoft Office Produkten beibehalten.